Allen Kindern war klar, dass sie erwachsen werden. Außer einem, der das nicht werden wollte. Sieht nicht gut aus. Wenn wir sie jetzt nicht apparieren, wird sie sterben. Du wolltest was zu lesen. Peter Pan ist was für Kinder. Tief durchatmen. Wer bist du? Peter Pan? Ich heiße Wendy, Myra, Angela, Darling. Komm mit mir nach Nimmerland. Wie kommen wir denn hin? Wir fliegen natürlich. Das ist die Jolly Roger. Ihr Captain ist der Schurke James Hook. Wenn er dich erwischt, bist du für immer verloren. Ich werde ihn und seine Kinderschau schlachten. Wollen wir ihn töten? Und die Innereien essen? Feuer! Wir verlieren sie. Stirbt meine Tochter heute? Bitte. Jetzt müssen wir Wendy retten. Schickt sie auf die Planke, Männer! Eine Stunde hat geschlagen, Peter Pan. Das ist unfair. Ich muss eines Tages nach Hause zurück. Ich will, dass du bleibst. Die Kindheit muss irgendwann aufhören. Muss sie nicht!